So, Freunde, abschließend wollte ich noch mal ein bisschen über Unisex-Düfte sprechen. Ich finde das einfach ein geiles Thema, um ehrlich zu sein, weil natürlich die ganze Parfumwelt ja eigentlich Unisex ist. Es gibt ja ganz, ganz wenige Düfte, die nur so rein maskulin oder rein feminin sind. Ich habe aber so ein paar jetzt auch in letzter Zeit aufgegabelt, wo ich sagen muss, die haben mich wirklich sehr überzeugt. Da glaube ich, dass sie auch sehr, sehr vielen Leuten da draußen gefallen werden. Und deshalb wollte ich die an dieser Stelle einfach mal kurz nennen. Vorweg, ein Duft, den ich jetzt nicht mehr hier habe, weil ich hatte ein Sample davon tatsächlich hier rumstehen, aber das ist nicht mehr hier, ist tatsächlich der Delina Exklusiv von Parfums de Malie. Was ehrlich gesagt für mich eine totale Überraschung war, weil ihr werdet sehen, dass der Duft sehr, sehr feminin aussieht. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich Delina vor Augen, ja, pinker Flakon, irgendwie so komische Bommeln dran, oben noch ein Strasssteinchen drauf. Da denkt man jetzt selten daran, dass das vielleicht ein Männerduft sein könnte. Aber um ehrlich zu sein, ich habe den ja jetzt einzeln getragen und tatsächlich auch mit Baccarat Rouge zusammen gelayert. Und ich kann euch ganz, ganz ehrlich sagen, dieser Duft ist einfach, entwickelt sich auf einer Männerhaut sehr, sehr geil. Wenn man halt so ein bisschen dieses pudrige Rosenthema mag. Also wenn man Rose als Duftnote gern hat und mit pudrigen Düften zurechtkommt, dann ist Delina Exklusiv eigentlich wirklich ein ganz ordentlicher Duft. Den normalen Delina würde ich nicht tragen, weil der ist ein bisschen leichter und so, aber in der Exklusiv kommt so eine dunkle Note rum, die einfach sehr, sehr geil ist. Und ist halt krass, also weil ich finde, bei Parfums de Malie gibt es nicht so super viele Düfte, die man als Unisex wirklich tragen könnte. Also klar, du hast halt sehr, sehr viele Süße, so ein, also nicht Carlyle, aber so ein Herod zum Beispiel oder Oajan oder so oder auch vielleicht ein Layton, ja. Aber ich finde, dass bei diesen Düften tatsächlich einfach, da ist so eine gewisse Maskulinität drin. Die sehe ich jetzt nicht so sehr an einer Frau. Also bei Parfums de Malie ist es wirklich sehr, sehr schwierig, finde ich, ja, die Gender so zusammenzupacken, weißt du. Und bei Delina tatsächlich oder Delina Exklusiv in diesem Fall, überraschenderweise, ist es ein Duft, den finde ich auch Männer sehr, sehr gut tragen können. So, jetzt schreibt der Krise auch direkt schon rein. Habe mir vor kurzem Lost Cherry geholt, habe tatsächlich erstmal gewartet, da er tendenziell eher in die Frauenwelt gehört. Wie findest du den Duft auf Männern? Wie ich den Duft auf Männern finde, kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht Düfte an Männern rieche. Aber ich kann dir sagen, wie ich ihn an mir finde und da finde ich ihn sehr, sehr gut. Und ich würde auch, ehrlich gesagt, als Marke einfach, also als gesamte Marke, einfach Tom Ford, kannst du einfach in den Topf reinwerfen. Alle Düfte, die Tom Ford hat, können Männer und Frauen gleichermaßen tragen, finde ich. Also es ist wirklich eine Marke, die unisex definiert und wirklich komplett unabhängig davon ist, wer das Ganze trägt und sich auch gar nicht in dem Marketing danach irgendwie ausrichtet. Witzigerweise zählt das ja auch sogar für so Sachen wie hier Black Orchid, was ja streng genommen ein Damenduft ist, aber witzigerweise dann einfach auch von vielen Männern getragen wird, weil es halt ein super Unisex-Duft ist. Das heißt, Lost Cherry, finde ich, ist einer der schönsten tatsächlich von Tom Ford und das wäre eine Empfehlung als Haus, einfach Unisex-Düfte Tom Ford, kann man sich definitiv anschauen. So, jetzt habe ich noch einen Duft, der ist ein bisschen süßer, also es ist allgemeine Marke, ich habe von der, ich kann es euch ganz ehrlich sagen, ich habe von der zwei Düfte hier, die heißt Les Bains Garbois. Das ist eine französische Marke, die ein bisschen, ja, so dieses klassische Oldschool-Thema widerspiegelt. Wunder, wunder, wunderschöne Flakons an dieser Stelle, ganz ehrlich und auch sehr, sehr farbenfroh vom Inhalt her, wie man sehen kann, finde ich sehr, sehr schön. Die Kappe könnte ein bisschen besser sein, ja, weil man hört, da wackelt es irgendwie drin, finde ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Geschichte. Ich habe einen von denen auch letztens schon mal gezeigt und das ist der 1992 Purple Night, hat sich gereimt, ne? Und das ist wirklich volle Kanne, der süße Duft, ja, also wirklich Zuckerwatte, süß, aber hat auch so eine gewisse rauchige Vanille, die irgendwie drunter steckt. Und dieses rauchige Vanilleding macht es für mich dann einfach Unisex genug, ja, also dass man halt als Mann den auch tragen kann, obwohl es eigentlich, würde ich sagen, so, da ist halt auch irgendwie so eine Blüte drin. Ich weiß nicht, ob es Rose ist oder Jasmin oder sowas, aber, oder Orchidee oder so, irgendwie sowas, äh, mäßiges, ja. Da wird man am Teststreifen mit mal sagen, ach, Damenduft, ja. Aber auf der Haut wird es durch dieses rauchige, dunkle Vanilleding einfach dann auch sehr schön maskulin. Und tatsächlich ist ja der, äh, Max, also Sand of the Day, ein riesen, riesen Fan von dem Duft und hat mich schon jetzt wirklich darum gebeten, dass ich ihm diesen Flakon mal gebe. Tolles Teil, was auch jetzt einige schon in letzter Zeit bei mir mal angefragt haben, ob ich da mal drüber sprechen kann. Äh, deshalb der 1992 von Les Bains Garbois. Ich werde das natürlich auch irgendwie in der Beschreibung verlinken. Das Ding, für mich an dieser Stelle wirklich ein sehr, sehr geiles Teil. Wenn wir so ein bisschen bei dem Thema bleiben, also, äh, blumig mit so einer leichten Süße und aber uns ein bisschen mehr in diese blumige Richtung begeben, hätte ich auch das Haus Amouage an dieser Stelle nochmal gerne erwähnt. Ich habe ja letztens über den Epic 56 gesprochen, es gibt aber tatsächlich sehr, sehr viele Düfte von Amouage, die sowohl Männer als auch Frauen tragen können. Und einer von denen ist tatsächlich auch wieder eigentlich ein Damenduft, nämlich der Journey Woman, ja. An dieser Stelle darf ich auch gerne nochmal auf, äh, einen der Sponsoren von diesem Video hinweisen, nämlich auf den T-Mann-Shop, ja. Also, wenn ihr 20% auf, äh, viele, viele Düfte sparen möchtet, dann könnt ihr gerne mit dem Code KAI20 im T-Mann-Shop diese 20% sparen. Und, ja, die haben mir diesen Amouage-Duft zugeschickt, äh, den Journey Woman. Und das wäre jetzt quasi so diese Kategorie-Duft, wie gerade eben bei den, äh, Les Bains-Guerbois, nur mit mehr Fokus auf Blüte und mit so ein paar orientalischen Gewürzen noch mit drin. Also weniger süß, mehr so dieses blumige, blütige, wenn man da eben drauf steht. Und dann eben noch Gewürze mit drin. Ich rieche ja auf jeden Fall irgendwas Kardamom-mäßiges raus, Kreuzkümmel, Safran so die Richtung und, äh, sehr, sehr dunkel. Deshalb eben auch als Mann finde ich es sehr gut tragbar. Ich finde, es ist ein unfassbar geiler Duft. Der hat so ein bisschen was von, von so einem, äh, UZ in Mut vielleicht auch, ja. Also dieses sehr pudrige Rosenthema. Ja, einfach unfassbar schön. Das Geile ist halt, diese blumigen Noten entwickeln sich auf einer Männerhaut auch immer sehr zu so einem dunklen Ding. Und das finde ich dann eben sehr, sehr cool, weil bei Frauen ist es immer so sanft und vanillig und, und sowas. Und bei Männern wird es dann, kommt so diese dunkle Seite hervor, was ich sehr, sehr geil finde. So, wenn man jetzt in Richtung, in Richtung Citrus mal geht, ja. Ich habe ja schon so ein bisschen angekündigt, dass ich von Gritti den Arancia Ambrata sehr geil finde. Das wird jetzt auch ein Duft sein, den ich auf jeden Fall, wenn es jetzt wieder diese Woche warm wird, sehr viel tragen werde. Man sieht auch, da ist schon ein bisschen was weg von, ja. Und ich werde mit Sicherheit den dieses Jahr bis zur Hälfte killen, weil das einer meiner Lieblingsdüfte ist, also für den Sommer. Und das wäre jetzt, ja, eine sehr, sehr schöne Neroli-Note, finde ich. Also da ist eine sehr frische, leicht rauchige, spritzige Neroli drin. Und dann eben aber auch so was Jasmin-mäßig ist, also auch wieder Blüten. Und deshalb an dieser Stelle ein Duft, den man auf jeden Fall auch als Mann oder Frau sehr gut tragen kann. Haltbarkeit bei dem Duft übrigens sehr, sehr geil für einen frischen Duft, sieben, acht Stunden. Man muss ein bisschen was davon benutzen, also man kann sich richtig einseifen, aber dann hält das Ding auch gut. Und am Ende vom Tag kommt dann nochmal, wenn man nach Hause kommt, so ein bisschen nochmal so diese Note zurück. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Gut, ja, und übrigens, wer der neue Parfümeur von meinem Duft, werde ich bald schon revealen. Das wird sehr witzig, ich sag's euch. So, drei Düfte habe ich noch. Einer ist ein bisschen würzigerer von Le Bain-Guerbois. Den habe ich auch jetzt sehr schätzen gelernt. Das ist nämlich der 1978 Le Bain-Douche. Wie gesagt, wenn ihr den Namen nicht buchstabieren könnt, dann schreibt das gerne einfach mal, also guckt einfach gerne mal in die Kommentare oder in die Infobox rein. Da steht's drin. Und das hier wäre jetzt wieder diese süße Thematik allerdings mit Kardamom, glaube ich. Also hier ist Kardamom drin, irgendwas super Würziges, was finde ich unfassbar geil kommt bei diesem Duft. Und irgendwie hat der auch so eine leicht Marshmallow-Kaugummi-artige Komponente mit drin, die ich auch irgendwie super frech finde. Also wirklich frech, muss man sagen. Normalerweise würdest du denken bei so einem orientalischen Duft, dass es halt eher so wirklich einfach fein würzig ist. Und die packen einfach so richtig so eine Kaugummi-Note da noch mit rein. Fand ich irgendwie ganz geil und hat eine unfassbar geile Entwicklung auf meiner Haut. Deshalb auch an dieser Stelle eigentlich so Richtung Damenduft vom Testschreifen her. Aber kann man definitiv als Mann auch abziehen. So, und die letzten beiden sind wieder zwei absolute Kracher. Den einen kennt ihr schon. Das ist nämlich der Aura von Kinetic Perfumes. Eine super geile Alternative zu Akzento von Zerjoff, finde ich. Oder nee, nicht Akzento, aber zu Erba Pura. Beziehungsweise zu Kierke von Tiziana Terensi. Ist irgendwie so ein bisschen, steht so in der Mitte. Also nimmt dieses Süße von Kierke, geht halt rüber zu dieser Pudrigkeit von Erba Pura. Unfassbar geil. Ja, für die Frauen wahrscheinlich wirklich so ein richtig schöner, süßfruchtiger Duft. Und für die Herren dann halt so dieses süßfruchtige mit dem Dunklen drunter. Mega geil. Mega, mega, mega geil einfach. Und einer der schönsten aus dem Hause Kinetic. So, und der letzte Duft. Eigentlich ein Duft, da müsste ich nochmal ein separates Video drüber drehen. Werde ich bestimmt auch machen, wenn es ein bisschen kühler wird. Denn dieser Duft hier richtet sich eigentlich an die kühleren Tage des Jahres. Und das ist der Ombre Superfluid. Bro, keine Ahnung, wie man den Namen schreibt, aber okay. Von Leso Primordial. Ich setze es in die Beschreibung rein, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall einer der schönsten, wirklich. Ich habe lange Zeit, ich habe ja sehr, sehr viele Amber-Düfte schon durch in meinem Leben. Einige von den ganz, ganz Großen, wo es dann auch, naja, ich lasse es sein. Das wäre witzig gewesen, da jetzt was zu sagen, aber naja. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Amber-Düfte durch. Und ich kann sagen, viel Neues kommt eigentlich nicht. Aber hin und wieder entdeckt man dann sowas hier, wie diesen Ombre Superfluid, der einfach sich unfassbar lecker auf der Haut entwickelt und mit Sicherheit ein Duft sein wird, den ich im Herbst häufig, häufig, häufig tragen werde. Weil es einfach ein unfassbar schöner, sehr fein ausbalancierter, sanfter, smoother Amber-Duft ist. Da kommt auch direkt schon wieder ein Gifted-Sub. Sehr, sehr schön. Ja, aber das ist wirklich, wirklich ein geiler Amber-Duft. Da gibt es nicht viel zu zu sagen. Also Vanille, Harze, bisschen Gewürze mit drin. Und das ist halt im Grunde genommen das Ding. Hat aber einen sehr, sehr geilen Drydown, der auch irgendwie so ein bisschen so eine fruchtige Note mit drin hat. Also ich würde fast sagen, dass der etwas von dem Aura sich geborgt hat, so für die Basis. Also dieses fruchtige einfach noch widerspiegelt. Und das ist einfach dann am Ende, da bin ich einfach Hals über Kopf, mein Gott, drin verliebt. Nein, ich sprühe kein Parfum in meinen Bart. Mache ich wirklich nicht. Was aber wohl passiert, wenn ich halt so einen Atta habe, dann tue ich mir das Öl manchmal in den Bart. Aber das ist auch sehr, sehr intensiv. Also auf den Bart Parfum zu sprühen, halte ich für keine gute Idee. Weil du es halt den ganzen Tag nicht los wirst. Und wenn es dir nicht gefällt, dann ist es halt kacke. Aber gut, Ambre Superfluid, setze ich euch auch in die Beschreibung rein. Dann später ist ein geiler Duft, von dem ihr mit Sicherheit noch viel hören werdet. Weil es einfach ein super geiler Amber-Duft ist. Und so ein bisschen auch vielleicht in die Richtung von dem Blond Amber von dem Clive Christian geht. Ja, nur halt günstiger. Vielleicht, ja. Okay, aber das waren auf jeden Fall geile Unisex-Düfte, die ich jetzt neuerdings aufgegabelt habe. Und man könnte die Liste bestimmt noch ewig weiterführen mit vielen tollen Marken. Aber das wäre zumindest mal so ein kleiner Einblick. Aber das wäre zumindest mal ein wenig dick.